konnichiwa liebe youtube freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge von the division 2 ist immer so komisch auszusprechen division division 2 ja ja wie auch immer meine ausstelle saki und willkommen zurück wir befinden uns immer noch in downtown ist und wie ihr schon sehen könnt wir haben gut aufgeräumt uns fehlt nur noch ein nebeneinsatz und ein kontrollpunkt und noch ein s hd technology behälter dann sind wir hier ist noch vorgezeichnet das habe ich übersehen das machen wir noch schnell ja dann haben wir sozusagen downtown ist gut im griff zu sagen schweiz dann müssen wir zur federal triangle müssen da einen haupeinsatz machen dann müssen wir hier alles machen und dann kommen wir rüber zu e small bis dahin sind noch ein paar folgen leute wir machen alles wir machen alle also wir machen jetzt nicht nur die hauptmission und gutes sondern die nebenquests und die einzelne sache hier wollen wir ja auch alles fertig haben und damit bin schon fertig gewesen damit noch nicht fertig ach ja und wir haben übrigens noch fertigkeiten die wir noch erlernen können und lauf lauf eintreffende verstärkungsanforderung voll daneben ich muss weniger drogen nehmen oder weniger diesen komischen rauch einatmen wo dein ernst von hinten da bin ich lange nicht mehr die waffe hat schon miese rückstoß aber die waffe ist nicht gut für diese runde die waffe geht mal gar nicht für diese runde hier 1k das ist auch so eine waffe die waffe hat 1k das ist auch so eine waffe die waffe die waffe die waffe Vorgang angehalten. Vorgang fortgesetzt. Rotflint ist... doch, glaube ich. Das ist jetzt gerade nicht schlau, was ich gerade mache, aber... Das war wirklich nicht schlau. Woaah! Ja, von wo? Von allen Elken wollte ich mich... ...marschen. Natürlich! Ach... Ach... Ja, verdammt! Wohl ich ein bisschen mit der Waffe ein bisschen rumgespielt habe. was solls so es ist los aber na los lass mich wieder rein vorratsraum ich nehme alle vorratsräume gerne kein problem kein platz mehr bauten was ich kann weg 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 das ist meine mk das ist meine mk ja ok dann so das machen wir jetzt auch auf ich wollte ja diese folge nicht aufmachen nichts besonderes ist aber noch schlechter Junge das ist doch ein Tommygun oder na gut ach das sieht besser aus ja behälter behälter öffnen und was kriegen wir was kriegen wir ob ihr Geld hört und was mit Schuhe Sanitäterschuhe ich bitte dich ähm mhm mhm Also öffne ich nicht. Mhm, doppel. 2K. Okay. Okay, Leute. Anscheinend haben wir noch einen besseren Schrotwinte. Das war nur zwei Schuss. Ich bin mal gespannt, wie die so ist. Dann haben wir noch Ohlala. Ohlala. Ansel Rucksack. 900 Ton. Krass. Na, Fertigkeiten haben wir noch, aber die machen wir gleich. So, wir sind hier. Hä, warum ist denn da wieder eine Fragezeichen? Ah, komm. Die Schrott brauchen noch ein wenig, ne? Hallo. Hallo. Ohlala. So. Oh, danke. Oh, können die wieder zerlegen. Keinen Tee machen. So, wir wissen noch was. Es ist gut, dass sie leuchten. Damit man die looten kann. Ah, von uns, okay. Wow, Bad Boy-Style. Ich bin hier gestorben. Kann ich das Ding wieder anmachen? Hm, schade. Also kommt das alles halt nur zufällig, ja? Wenn man so gerade unterwegs ist. Ich verstehe. Hatte sein Territorium. Manchmal überrascht ihr mich. Dann ja, Hans. Ach, Mann, komm. Drei Skalat. Na, komm, Mann. Ich will hier neu starten. Och, Mensch. Ich will hier nicht zufrieden. Die kacke Fragezeichen ist weg, also man darf nicht sterben, fuck, dann mache ich das. Entzückend, ekelhaft. Verstehe. Bad Boys. Das sind wirklich diesmal viele Patrouillen. Immer doch, immer doch. Ich habe nur bloß Teil 1 verschlafen, aber Teil 2 wird es nicht. Lass es anders sehen. Wo? Verwöhnlicher Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Hä? Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ach da. Ach, das war ein Glitch, okay. Sorry. Bitte was? Entschuldigung, ich habe dich nicht gehört. Von wo kam die auf einmal? Warte mich. Ah, schnell. Das war schön, dass die blau ist, aber die ist rot. Rot ist noch ein Stückchen weiter, glaube ich. Sehr schön, somit haben wir ja alles, oder? Okay. Da darf ich jetzt nicht hin. Meine Nase hier. Ah. Okay. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Ja, es gibt wieder viel zu looten. Wer lässt denn so eine Sachen da liegen, ey? Meine Nase irrt. Das heißt, ich muss, glaube ich, gleich schließen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch was. Das ist natürlich... Elektronik. Ich hoffe, es lohnt sich alles, wenn ich hier sammle. Es wird dir kein Weihnachten geben. Vor allem kein Schnee. So. Guck mal weiter. Wir haben das. Da haben wir das noch. Okay. Wieder zurück. Dann war das die seine Fragezeichen. Okay. Das waren Treppen, mein Freund. Wie kannst du von dort runterfallen? Hä? Okay. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. So. Agent fordert Verstärkung an. Nein. Tragbares Gerät erkannt. Der größte Wendepunkt für uns war sicherlich, als wir die UN zurückerobert haben. Damit änderte sich alles. Der hat Charlie Bliss und seine Kommandostruktur erledigt. Aufschild übersehen. Und der Fastman Battalion in die Knie gezogen. Gleichzeitig hat sich aber Keine mit Janenko auf und davon gemacht. Das war der Moment, in dem wir alle Tiefluft geholt und uns die Frage gestellt haben, was passiert als nächstes? Das frage ich mich auch immer. Das frage ich mich auch immer. Rettungseinsatz ist das? Ich bin in der Druck. Ich bin in der Druck. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. sich wieder so ein dreck und hat er geschossen so haben schlüsse zu irgendwas bekommen gerne meine liebe ne behalten wir aber trotzdem erstmal wir müssen nämlich wieder sachen zerlegen damit wir wieder platz haben im winter wir haben jetzt eigentlich schon platz genug so was sie kommt wir haben menschen gerettet lässt mich aber hier durch oder nein natürlich nicht das war nur ein was ist mit dem hier er ist gestorben weil er die fahrstuhl aufgehalten hat okay tragisch okay okay wohin kommen wir jetzt hier das gehört nicht zu meiner mission ach einfach hier wo ich das kann gibt es nochmal extra ep punkte so ich weiß gar nicht wie lange wir haben weil ich habe vergessen aufzunehmen ach die sind wieder da okay ja dann machen wir hier einen kleinen stopp ja steck mal wir haben jetzt glaube ich über 20 minuten auf jeden fall knapp 30 ich bin mir nicht sicher ja machen wir hier einen cut und nächste folge greifen wir die kontrollpunkte hier an da die sendung hier schalten wir um in unseren und den nebeneinsatz das machen wir in der nächsten folge und dann gehen wir zurück zum weißen haus und ja unsere fähigkeit freischalten fähigkeiten freischalten und die technologie natürlich abgeben so die wollen das ding immer zurück haben verstehe oder ich weiß gar nicht ist das gerade dazu gekommen gegner haben hier einen verteidigungsbereich aufgebaut um zu versuchen die territorium zu erweitern okay okay na gut dann ist es so ne ähm ja ich bedanke mich dass ihr reingeschaut habt äh in der video beschreibung könnt ihr alle meine social media reinklicken liken kommentieren unter dem video schenkt mir mal ein däumchen ob hoch oder runter damit ihr mir gerne äh support geben könnt und bescheid gibt wie es euch gefallen hat auf jeden fall äh abonnieren nicht vergessen mein channel und äh die glocke nicht vergessen zu aktivieren damit ihr jede folge die ich hochlade immer benachrichtigt werdet ne dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf Auf Wiedersehen Peace Peace